Nico Blank, herzlichen Glückwunsch. 4 zu 1 haben unsere Stuttgarter Kickers gegen die Zweitvertretung aus Mainz gewonnen. Was für ein Spiel, alles drin. Fangen wir mal vorne an, schauen uns mal die erste Hälfte an. Keine zwei Minuten gespielt, Sonntagsschuss 0-1 und dann eigentlich in der ersten Halbzeit trotzdem gut gespielt. Wie bewertest du die erste Hälfte? Ja klar, das 1-0 hat uns natürlich schon kalt erwischt. Nach zwei Minuten kommen wir natürlich schlecht ins Spiel, aber ich muss sagen, danach haben wir echt eine gute Reaktion gezeigt, haben eigentlich weiter gespielt, wie wäre nichts gewesen wäre, haben uns Chancen rausgespielt, waren dominant, haben die zweiten Bälle erobert und haben da auch immer wieder Druckphasen gehabt. Die Mainzer wussten eigentlich gar nicht, wie sie sich von hinten rauslösen sollen, haben es dann oft mit langen Bällen versucht, die haben wir dann gut eingesammelt. Von daher waren wir eigentlich dann schon in der ersten Halbzeit so richtig gut im Spiel und es war eigentlich eine Frage der Zeit, bis man dann irgendwann das 1-1 machen und dann war uns auch klar, wenn wir das 1-1 machen, dann drehen wir es auch komplett. So war es in der zweiten Halbzeit, haben da auch nicht den Kopf verloren und haben dann am Ende auch hochverdient 4-1 gewonnen. Genau. Was im ersten Durchgang gefehlt hat, waren die Tore, die kamen dann bald in der zweiten Hälfte 1-1, 2-1, 3-1, 4-1. Ihr habt nicht nachgelassen. Ist das so eine Charakteristik dieser Mannschaft, nicht nachzulassen, immer mehr zu wollen? Ja, ich denke, das zeichnet es schon aus, auch so Rückschläge wegzustecken und einfach runter an dem Plan zu halten, den weiter durchzuziehen und uns weiter Chancen rauszuspielen. Ich glaube, das hat echt gut geklappt heute. Und dann ist auch, wie gesagt, eine Frage der Zeit, bis die Tore fallen. Dass dann noch vier werden, war natürlich geil, dass da auch noch ein paar Torschüsse zustande gekommen. Ne, aber von daher hat alles gepasst. Und ein wunderschönes Tor war ja auch von dir, ist ja nicht so als der Goalgetter bekannt, aber neben dem Tor war auch deine Zweikampfleistung überragend. Ich kann mich an keinen verlorenen Zweikampf erinnern, gab vielleicht einen, aber ein tolles Spiel von dir. Ja, ich glaube, wir müssen auch dann über die Zweikämpfe kommen, gerade wenn wir gegen spielerisch starke Mannschaften spielen, wie jetzt die Mainz U23. War klar, dass wir die im Mittelfeld bearbeiten müssen, dass wir da viele Ballgewinne haben. Auch dann gerade vorne, so 20, 30 Meter vor dem Tor, wo wir dann direkt zu Torchancen kommen. Ich glaube, da haben wir echt zwei, drei gute Chancen dann gehabt heute. Und ja, das ist mein Job. Den muss ich erfüllen und für das bin ich da. Noch ein zu deinem Spiel. In der Zentrale hast du ja mit Lukas Käfer abgewechselt, in der Defensive, Offensive. Hat, wie ich finde, wunderbar geklappt. Also man merkt, ihr spielt ja jetzt nicht erst euer erstes Spiel zusammen, sondern seid schon gut erfahren. Ja, ich glaube, es ist egal, wer da bei uns im Zentrum spielt, auch ein Louis, wenn er reinkommt oder letzte Woche von Anfang an spielt. Ich glaube, wir drei verstehen uns alle gut auf dem Platz. Wir haben schon oft zusammen gespielt und haben auch so eine selbe Spielweise. Das kommt uns dann allen entgegen und ja, da ergänzen wir uns echt gut. Also Gratulation noch mal zum Sieg. Genießt den Abend. Dankeschön. Auf die Blaue. Auf die Blaue. Marc Stein, der Sportdirektor ist bei uns. Marc, die Kickers gewinnen nach einem frühen Rückstand mit 4 zu 1 gegen den FSV Mainz 2 und zeigen eine tolle und reife Leistung auf der Balber. Ja, also auf jeden Fall. War ein tolles Spiel heute, obwohl es der Start von uns nicht optimal war. Wir haben, glaube ich, relativ schnell gleich zu spüren bekommen, dass die Mainzer wirklich was vorhatten oder auch eine Menge Qualität haben. Wir gehen mit einem tollen Schuss 1 zu 0 ins Führung. Wir haben ein bisschen gebraucht, um wieder reinzukommen. Aber spätestens ab 20, 30 Minuten hat man ganz klar gesehen, dass wir auch dominiert haben. Im Spiel gute Chancen unterspielt haben, vielleicht vor dem Tor das vergessen haben, das Tor zu machen und sind dann noch mal mit einer stärkeren Energieleistung aus der Pause rausgekommen. Kann man sicherlich vielleicht auch diskutieren, ob das Foul war oder nicht. Beim 1-1 hat er nicht gepfiffen. Wir haben es genutzt für uns und damit ist das Spiel, denke ich mal, auch komplett gekippt und die Emotionen, die wir da reingebracht haben. Wenn wir die in der zweiten Halbzeit immer wieder, auch über 80, 90 Minuten reinbringen, dann wird es ganz schwer, uns zu schlagen. Danke Marc. Gerne. Da leuchtet es. Und damit sage ich Hallo und begrüße alle ganz recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem vierten Spieltag in der Regionalliga Südwest zwischen den Stuttgarter Kickers und dem 1. FSV Mainz 052. Endstand vor 3.430 Zuschauern im Gasi-Stadion auf der Waldau 4 zu 1. Ich begrüße alle Gäste oben in der Spielbank-Business-Lounge, alle Presse- und Medienvertreter hier, alle, die es dann im Nachgang noch über die sozialen Medien anschauen. Und ich begrüße natürlich auch ganz recht herzlich beide Trainer. Gästecoach Jan Sievert und Kickers-Trainer Mustafa Ünal. Herr Sievert, die ersten Worte gehen natürlich immer an den Gast. Ein Sonntagsschuss am Samstag hat euch in Führung gebracht, aber ab dann liefst ein bisschen in die andere Richtung. Ihre Worte zum Spiel. Ja, vielen Dank und erstmal Glückwunsch an die Kickers und an meinen Kollegen. Ich muss deutlich sagen, dass das ein Spiel war, was sehr gut für uns startet und dass wir wussten, dass uns hier eine sehr, sehr schwere Aufgabe erwartet, das war, glaube ich, jedem klar. Ich finde, man sieht total die Handschrift von Mustafa, der seit Jahren schon eine fantastische Arbeit hier leistet und ihr habt auch ein fantastisches Publikum hier, was auch dann dazu geführt hat, dass unsere Mannschaft wirklich kämpfen musste und alles raushauen musste. Aber dann hast du erstmal das Momentum für dich erarbeitet und das wollten wir eigentlich auch. Frisch aus der Kabine kommen in der ersten Halbzeit und dann auch auf Torchancen gehen. Ich finde, dass wir danach, glaube ich, noch eine andere Chance haben von Kemata, wo der Ball, glaube ich, auf die Latte landet. Ja, genau, war ein Fallrückzieher. Aber nichtsdestotrotz verlieren wir das Spiel heute völlig verdient, weil wir es einfach in der Phase des Verteidigens nicht immer gut gemacht haben. Es waren am Ende zwei Distanzschüsse und dann mit dem Tor quasi im Freischuss auch ein direkter Schuss quasi, der dann auch ins Tor geht. Ich glaube, das habt ihr euch auch dann euphorisch erarbeitet, das muss man deutlich sagen. Und es ist dann schwierig, glaube ich, für so eine junge Mannschaft. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es ein Momentum in dem Spiel, wo es deutlich gibt und das ist das 1-1. Wir mussten einiges weg verteidigen. Es waren viele lange Bälle, die wir verteidigen mussten, haben auch in der Halbzeit umgestellt, haben dann so eine Halbchance, wenn ich richtig zu Ende spiele, mit Keanu Kraft, direkt nach der Halbzeit. Aber das Tor und ich glaube, wenn ich mich da mit meinem Schiedsrichterkollegen in aller Ruhe, in aller Sachlichkeit unterhalte und er sich das Foul nochmal anschaut, dann, und ich glaube, da würde der Muster von mir auch beipflichten, dass das ein klares Foul am Team ist. Also der Spieler wird gedrückt, fällt über den Ball und da gibt es dann eine Karte und deswegen habe ich so ein paar Situationen beanstandet, wo es vielleicht auf der anderen Seite keine Karte gab, aber nichtsdestotrotz muss ich ganz deutlich sagen, nochmal, verdienter Sieg für die Kickers. Tolle Mannschaft, tolle Handschrift und ja, ich habe nach dem Spiel so eine Situation gehabt, die mir nicht gefallen hat. Die hat im Spiel schon begonnen, deswegen kann ich das deutlich ansprechen. Der Linienrichter hatte mich dann auch schon beruhigt, muss ich sagen, mit Sätzen, die ich jetzt hier nicht wiederhole. Das ging nicht an Mustafa, sondern an Kollegen von ihm und das kann man erklären aus der Welträume, aber da sind ein paar Dinge nach dem Spiel gefallen, die ich nicht so teile und nicht so stehen lassen möchte. Herzlichen Dank, ich wünsche euch alles Gute, machen weiter mit dem Weg und wir gehen unseren Weg weiter und versuchen die Jungs in die Bundesliga zu bringen und dafür gehört so ein Spiel zum Lernen dabei. Herzlichen Dank und alles Gute. Vielen Dank, Jan Sievert. Ihr musste die erste Saison-Niederlage in der letzten Woche einstecken, habt viel darüber gesprochen, die Antwort habt ihr heute gegeben und das nach dem 0-1-Rückstand war, im wahrsten Sinne des Wortes eine reife Leistung gegen spielerisch starken Gegner, oder? Hallo zusammen und vielen Dank für die Worte, Jan. Ich denke, das war ein sehr packendes Spiel, das, was denkbar schlecht für uns beginnt, mit dem Traumschuss, da war dann mal gleich der Plan dahin, weil wir haben gewusst, da kommt eine junge Mannschaft, da wollte man direkt viel Druck aufbauen und wir wissen, wenn so eine Mannschaft dann führt, das macht sie dann auch größer, ja, breite Brust und das hat man auch in ein paar Szenen gesehen, als sich dann Mainz auch durchkombiniert hat, ein-, zweimal mit der Führung im Rücken. Aber ja, danach war es wirklich ein richtig gutes Spiel von uns, muss ich sagen. Wir haben die Tore zwar nicht gemacht in der ersten Halbzeit, aber haben den Kopf nicht verloren, haben den Plan weiter verfolgt, haben an uns geglaubt, vor allem nach der Halbzeit sind wir dann mit viel Wucht rein, machen natürlich recht früh das Tor, ja, legen nach, drehen das Spiel gegen die junge Mannschaft, bleiben dann im Druck drin, was wichtig ist gegen die junge Mannschaft, ja, mit dem Publikum im Rücken und dann haben wir einfach das ganze Ding verdientermaßen gedreht. Ich kann nur ein Riesenkompliment an meine Mannschaft machen, wir haben das Ding über 90 Minuten sehr reif runtergespielt, Phasen gehabt mit viel Druck, Phasen gehabt mit Kontrolle, wenig zugelassen, ja, gegen eine technisch sehr starke Mannschaft und daher sind wir sehr froh, dass wir jetzt im zweiten Heimspiel den zweiten Sieg feiern können und jetzt kommt am Dienstag die nächste Aufgabe auswärts, da wollen wir natürlich auch bestmöglich uns darauf vorbereiten und da auch eine gute Leistung zeigen. Der dritte Sieg im vierten Spiel, die Kicker sind in der Regionalliga Südwest angekommen, eure, ihre Fragen? Ja, Herr Unnal, da frage ich gleich nach, am Dienstag das Spiel in Sternbach-Heiger, wie wird sich die Mannschaft vorbereiten? Fährt sie erst am Dienstag hoch oder wie läuft jetzt die Vorbereitung? Ja, jetzt müssen wir jetzt mal regenerieren und dann geht es am Montag los, wir werden am Montag hier trainieren und am Montag losfahren, weil wir nicht am Dienstag da vier Stunden, fünf Stunden im Bus hocken wollen und dann gegen die Topmannschaft da auftreten wollen und daher wollen wir uns bestmöglich vorbereiten und die Möglichkeiten haben wir und die wollen wir auch nutzen. Sagen Sie noch ein Wort zu Braik, ich weiß gar nicht, was hat der Junge, warum fehlt er, warum ist er nicht dabei? Ja, er wurde ja gegen Kassel, wie es alle sehen konnten, gut bearbeitet von den Gegenspielern und hat sich da verletzt am Sprunggelenk. Am Sprunggelenk. Genau, jetzt hoffen wir, dass er die Tage einsteigen kann, aber heute kam das noch gar nicht in Frage. Ja, Herr Sievert, Sie haben den Vergleich mit Sternbach-Heiger, die haben sie 3 zu 0 geschlagen, was mich wirklich überrascht hat, aber Sie haben eine technisch gute Mannschaft. Wie schätzen Sie die Kickers ein? Könnten Sie zum Kreis der Favoriten zählen? Also technisch gut, das reicht aber da nicht, um zum Beispiel heute hier so ein Spiel zu gewinnen. Ich finde, wir haben heute zum Beispiel mit Ball nicht viel richtig gemacht, da hatten wir schon ein paar Herausforderungen, aber nochmal, weil sie es auch gut zugestellt haben und gut verteidigt haben, mir hat es heute so ein bisschen daran gelegen, dass wir nicht richtig verteidigt haben in gewissen Momenten und diese paar Zweikampf-Situationen einfach auf die Seite von Kickers geschlagen sind. Nichtsdestotrotz, glaube ich, mit der Art und Weise, wie die Kickers Fußball spielen, und das meine ich eben mit der beschriebenen Handschrift von Mustafa, die deutlich einfach zu sehen ist, dass man da in dieser Liga sehr, sehr erfolgreich sein kann und dass wir einen anderen Schwerpunkt für haben. Wir wollen beide gewinnen, wir wollen beide Spiele ziehen, aber wir haben noch einen anderen Schwerpunkt und der ist etwas auf der Hand, dass man da anders auch vielleicht arbeitet. Nichtsdestotrotz, zu der Frage, ich weiß, muss jetzt bei uns ein bisschen Druck auf, aber wenn man so spielt, dann kann man schon zum Kreis gehören und ich glaube, da kann es auch stehen. Also herzlichen Dank und alles Gute euch auf dem Weg. Ich glaube, der Druck, der kommt dann auch von allein, von außen. Dann gibt es weitere Fragen. Hammers, ja wunderbar, es geht weiter mit englischen Wochen. Mit einer englischen Woche für Mainz geht es am Dienstag gegen VfL 1 weiter. Dafür viel Erfolg. Du hast es angesprochen, Guido, für die Kickers geht es zum TSV Steinbach-Heiger und dann sehen wir uns alle ja schon wieder am kommenden Samstag hier zur Wiederauflage, zur Rewards vom WV-Pokalfinale gegen die TSG Baling. Da freuen wir uns drauf, euch alle wiederzusehen. Bis dahin, ein schönes Wochenende noch und auf die Blaue. Bis dahin, ein schönes Wochenende noch. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.